so wollen wir mal hierhin noch tiefer müssen wir wahrscheinlich wollen wir hierhin noch tiefer nach rechts die leitungen machen wir die kohle brauchen das kutschen upgrade dazu brauchen wir kohle da der preis gut ist lassen wir gleich drei verkaufen er ist jetzt schon ausgesaugt wow holy shit hier haben sie auch was gefunden jetzt frage mir aber wo wir mal einen schönen scan machen und es ist anscheinend etwas tiefer ja da unten ist es dann lassen wir gehen gleich darüber wir können auch noch einer suchen und hier lassen auch noch einen suchen jawohl wir haben es ja da was gefunden super ja das kutschen upgrade hier geht schon über wir machen ein zweites silo upgrade es wir werden das einmal jetzt machen vielleicht dass er schneller fördert oder so aber dann brauchen wir noch mehr kutschen ja das aktiv verbaut glaube ich und mal ab hier 12 ja wir nehmen jetzt zehn hier insgesamt das bedeutet das verstehe nicht und zwar es ist irgendein upgrade aber welches keine ahnung ich glaube das aktiv verfördert oder so irgendwie halt so die preise sind scheiße wir stoppen den verkauf na scheiße ich brauche aber kohle ok eine mal verkaufen hier bitte wenn wir brauchen kohle für den scan hier na das ist weiter oben der preis ist wirklich scheiße leute aber er geht rauf da können wir zwei verkaufen lassen wo soll denn das hier sein ganz am arsch der welt hier unten so wir machen hier mal riesen scans weil irgendwo musst du noch was sein da ist nichts aber so viel ist hier auch nicht los da ist nix mehr scheiße ja das feld ist jetzt nicht so optimal offensichtlich da ist gar nichts mehr der preis ist gut da lassen wir die verkaufen wir können hier noch was fördern hoffentlich ist da kein stein jetzt im weg schauen wir hier noch was ist hier unten auch noch da ist nix mehr ja das ist eigentlich ein wirklich schlechter platz hier da gibt es ja fast kein öl hat sie nicht rentiert hat sich überhaupt nicht rentiert leute aber der preis ist gut darum werden wir jetzt alle verkaufen lassen so dass man wenigstens nur bisschen kohle machen der preis geht schon wieder runter dann lassen wir es da rüber verkaufen da geht der preis nämlich rauf warte mal hier ist noch ein ölfeld leute ich habe was gefunden runter da wie kann man da nach unten scrollen keine ahnung wie das geht aber unten wären die ölfelder das blöd wie kann ich da nach unten scrollen das nervt dir so keine taste nicht ich finde auch keine das ist schlecht so das können wir nur leer pumpen hier wir können hier nur einen kleinen scan machen da ist nur stein und geröll hier machen wir nur einen kleinen da ist nur ein ölfeld der preis ist noch okay aber er geht nach unten setzen nur so einen wünschstelle deppen hier ein vielleicht findet der nur irgendwo was ich finde nichts mehr so wir stoppen den verkauf und warten dass der preis wieder nach oben geht wir haben relativ überall geburt hier aber es ich weiß es geht nur irgendwie nach unten aber ich weiß nicht wie muss irgendwie nur ein upgrade oder sowas kaufen so wenn der preis auf geht verkaufen ist dann also haben wir ja nicht so viel kohle aber wenn manं mehr davon das ist ja jetzt sogar soYa zwar emphas das heißt wir weiter nach unten wir haben zu müssen so dasências occupy ich stehende ganz was ist es das ist geld auf dem das irgendwie verlängert oder so remaining land ließ das heißt das land was ich gemietet habe wieder nehmen wie auch immer der preis ist im keller das heißt wir lagern alles ein aber wir haben auch hier keine kohle ja wir haben aber alles ach so das heißt dass alles freigelegt wird dass ich alles sehe oder so blödsinn lief dass wir früher weggehen das war jetzt ein fehler ich gehe mit vollen silos raus leute was für eine geld verschwindet das war jetzt dumm aber ich wusste nicht was das bedeutet aber gut wir kriegen ein bisschen extra kohle aber das hat sie ja mal überhaupt nicht rentiert was wir brauchen ist tiefer fördern das krieg was ist mit dem hier 0 96 garantiert mit ja ich kaufe einfach sie los dann brauche ich das nicht maulwurf ja keine ahnung der bringt es jetzt auch nicht wirklich wir sparen jetzt ein bisschen kohle was ist das hier speed 2 das brauchen wir nicht gehen ein bisschen bohren das gebiet hier ist einfach scheiße das gebiet das kann ich nicht das haben wir schon dann probiere ich das da mal ja streitet euch und gibt euer geld aus das gebiet hier war gut aber da hat die nun nicht so moderne technik das ist blöd blöde kuh die will mein gebiet dann nehme ich halt das hier ok los geht's die 31 dezember zeit wenigstens haben wir genug zeit ich nehme mal zwei so handeln hier wir sind jetzt schon wieder so weit oben wie kann ich das ein bisschen nach unten ist verstehen muss doch tiefer gehen so du hast was wunderbar wollen wir mal hierhin ziel unternehmen werde gleich tiefer wie kann man darum das wollen was der hat was ich habe nur die leitung wie kann ich da weiter runter verstehen wie kann ich dann weiter nach unten irgendwie gibt es nicht das ist schon lustig jetzt das geld aus so eine scheiße ich muss jetzt den kredit dann auch nehmen das kann auch ein neuer sein wow jetzt sage mal wo ist denn hier bitte öl da ist kein öl was hast du gefunden man Leute wie kann man da nach unten scrollen ich finde hier nichts scheiße was findet der denn bitte da ist doch gar nichts da muss man so suchen auf gut glück praktisch hier ist überhaupt keine alter hier ist überhaupt nichts leute es gibt es so nicht da ist so ein hansel wieder da unten vielleicht wieso scrollt der nicht weit dann ein bildschirm nach unten das ist blöd er muss tiefer einfach wenn ich das hier upgrade bringt mir das auch nichts da ist was so ganz am arsch der welt da unten wenigstens haben wir mal was hier können wir verkaufen hier ist ja gar nichts hier ist überhaupt kein erde es ist das schlechteste land was wir bisher hatten also da ist gar nichts hier vielleicht nur was auch nicht hier kann man nur schauen großen scan aber wir machen hier nur verlust leute wahnsinn was wir hier verlust machen das ist schlecht so nehmen wir fünf insgesamt und nicht mal das wird sie rentieren hier ich verstehe nicht wo der bitte hier öl sieht das muss doch am arsch der welt sein da kommen wir noch nicht hin wieso geht der bildschirm nicht nach unten ist richtig lästig ich weiß nicht wie man dann nach unten scrollt es geht jedenfalls nicht feiltasten gehen nicht wie als die gehen nicht keine ahnung so einen muss in verkauf schicken weil ich brauche bisschen kohle gar nichts machen im moment das rentiert sich überhaupt nicht das ist nicht gerade viel der bordtürme wenigstens rentiert schicken wir zwei im verkauf da drüben ist ein guter preis frei in den verkauf ich glaube das sind nur diese beiden ölfelder hier ist gar nichts los also da haben wir ein richtiges scheißgebiet gekriegt es gab gute gebiete aber da hatte ich zu wenig zeit das ölfeld drüben ist schon dran also hier machen wir ein gewaltiges minus ein gewaltiges minus zurückzahlen hier machen wir minus hohoho allerdings jetzt können wir alles schön verkaufen einen lassen wir weiter farmen sonst geht es hier nur über die zahl ich nur strafe auch das handiert sich dann natürlich überhaupt nicht lassen wir zwei farmen hier ja der preis ist aber in ordnung weil hier wenig öl gefördert wird darum geht er direkt nach oben aber sie sehen gleich aus hier das ölfeld ist relativ erschöpft und ja jede weitere suche rentiert sich hier glaube ich nicht mehr ich werde mal zwei kleinere scans hier noch machen aber da ist nirgends mehr was leute hier ist was hier ich glaube da ist noch ein kleines feld vielleicht das ist nicht mal so klein rüber da was abkassieren hier ist ja wirklich fast überhaupt nichts das ist ein schwer sehr schlechtes feld da sind nur felsen das war der letzte scan das rentiert sich sonst überhaupt nicht scheiß preis habe ich übersehen alles einlagern wieder alles einlagern jetzt geht es irgendwie nach unten hier ja hier haben wir noch ein feld gut dann wollen wir dann nach unten es ist halt weiter und jetzt gibt der bildschirm nach unten wenn ich hier dann so scanne geht er nach unten aber warum macht er das nicht klar das verstehen da ist auch nur was so hier können wir langsam verkaufen wir müssen platz machen das upgrade hier braucht man damit die ein bisschen mehr fassungsraum haben wir springen gleich aus das ist ganz schlecht ganz schlecht ganz schlecht ganz schlecht ganz schlecht haben wir gerade nur zwei nehmen können das ist ein bisschen runter gehen aber das wird mir reichen noch einer noch einer ja wir brauchen silo und den können wir das noch auf jeden fall brauchen wir kohle jawohl so jetzt haben wir mehr fassungsvermögen hier jawohl jetzt geht es wir machen wieder mal einen cut wenn es euch gefallen hat abonniert mich liked mich schreibt einen kommentar ich würde mich wirklich darüber freuen bis zum nächsten mal euer zocker andy let's play tschüss bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal